Einen wunderschönen guten Abend hier aus der Parkkultur. Die Kooperativmitte präsentiert heute Dr. Volker Kiel mit seinem Vortrag Mythen, Helden und Legenden. Wir hatten eine kurze Vorschau gesehen und heute wird das Thema richtig vertieft. Was ist das Einstiegsthema? Das Einstiegsthema ist ein einführender Vortrag über das Thema im Allgemeinen, um uns diesen Mythen, diesen Legendengeschichten einfach adäquat nähern zu können. Also viel Spaß beim Vortrag. Ihr könnt gerne kommentieren und wir werden dann dementsprechend den Volker informieren, dass er darauf antworten kann. Also euch eine spannende Unterhaltung, einen guten Vortrag und ab geht's. Danke. Also herzlich willkommen heute Abend. Wie gesagt, das ist ein einführender Vortrag, ein Vortrag, der über das Thema Mythen, Helden und Legenden geht. Und wir haben diesen Titel gewählt, weil wir im Rahmen dieser Vortragsreihe, die wir in Kooperation mit der Parkkultur, die Mitte veranstalten und zwar über einen längeren Zeitraum. Also erstmal bis Dezember, aber wenn es euch gefällt, auch noch weiter ins nächste Jahr hinein. Uns mit den Mythen, Legenden und Heldengeschichten von verschiedenen Traditionen beschäftigen wollen. Warum? Um zu sehen, einerseits, dass also viele von diesen Geschichten ähnliche Symbole benutzen, ähnliche Themen aufgreifen. Und andererseits aber jede eigene Tradition, jeder einzelne von diesen also auch einen ganz besonderen Beitrag leistet, indem sie also diese Geschichten in einen besonderen Kontext stellt. Das ist das Thema dieser Vortragsreihe. Und wir dachten, dieser einführende Vortrag sei deshalb sinnvoll, weil man überhaupt erstmal verstehen sollte, was es mit dem Wort Mythos auf sich hat, was sich dahinter verbirgt. Denn darunter kann man ganz, ganz viel und ganz, ganz Unterschiedliches verstehen. Wer also weitere Informationen bekommen möchte, der kann dann auch auf unsere Internetseite gehen und auf www.archesophika.de dann alle Termine rechtzeitig einsehen. Aber auch auf der Seite von der Parkkultur selbst und von dem Mitte findet ihr natürlich alle Termine verfügbar. Fangen wir also an, würde ich sagen, mit diesem einführenden Vortrag über die Mythen, Helden und Legenden. Nun, wenn wir den Mythos definieren wollen, dann, und wir gehen mal, sagen wir mal, von der aktuellen Mentalität aus, dann wird das, was im Mythos präsentiert worden ist, oftmals gleichgesetzt mit dem, was in Märchen erzählt wird. Das ist aber nicht ganz richtig. Vor allen Dingen dann, wenn wir bedenken, dass die großen Gestalten der Geschichte, Männer und Frauen, dem Mythos immer eine ganz besondere Bedeutung beigemessen haben. Dass das im Laufe der Zeit unterschiedlich war und aus unterschiedlichen Richtungen ganz anders bewertet wurde, das wollen wir uns auch ein bisschen anschauen. Also, ich habe ein bisschen Problem mit der Fernbedienung für die Präsentation. Fangen wir, da wir bei den Märchen gestartet sind mit einer Sichtweise an, die ein deutscher Mythologe geäußert hat, was die Mythen- und Sagenwelt anbelangt. Er hat nämlich ein ganz wichtiges Buch geschrieben, ein dicker Wälzer, das sind ungefähr 860 Seiten über die deutsche Mythologie. Und dort schreibt Jakob Brinn folgendes. Er schreibt, wo ferne Ereignisse verloren gegangen wären, im Dunkel der Zeit, da bindet sich die Sage mit ihnen und weiß, einen Teil davon zu hegen. Wo der Mythos geschwächt ist und zerrinnen will, da wird ihm die Geschichte zur Stütze. Das ist ganz interessant, weil es halt eben hier sichtbar wird, dass ein Versuch gestartet wird, reale Ereignisse, also geschichtliche Ereignisse, in Verbindung zu bringen mit einem Mythos. Ob das sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man diskutieren, denn wenn man diese Ansicht teilt, die Jakob Brinn hier formuliert, dann wäre der Mythos also etwas, das sich auf irgendwelchen fernen Ereignissen gründet und das dann aber im Laufe der Geschichte zu einem Mythos ausgeschmückt wurde. Man würde also sagen, gut, der Mythos ist also etwas, das enthält irgendeine Wahrheit, eine Kernwahrheit, eine Moral von der Geschichte sozusagen, aber der Rest ist einfach nur erfunden, ist einfach nur eine Kindergeschichte, ist einfach nur ein Märchen, ist eine nette Geschichte. Vielleicht erbaulich, vielleicht weniger erbaulich, vielleicht warnend, vielleicht mit anderen Motivationen, aber letztendlich ist der Mythos also relativ in seiner Bedeutung zumindest relativ unbedeutend klein. Wenn wir uns das Wort Mythos anschauen, dann können wir sagen, dass es vom Griechischen kommt und es bedeutet so viel wie Laut, Wort, Rede oder Erzählung. Es handelt sich also schon tatsächlich um etwas, das übertragen worden ist, eine Rede, eine Erzählung, die in fernen Zeiten schon von Mund zu Ohr weitergegeben wurde, also eine mündliche Tradition, die dann irgendwann aufgeschrieben wurde und wenn man es aufgeschrieben hat, wenn man es also dann lesen kann, dann sind es Legenden, denn Legenden heißt nichts anderes, als dass es lesbar ist. Was behandeln diese Mythen eigentlich? Wenn wir uns die Mythologien der verschiedenen Völker anschauen, dann geht es eigentlich immer um den Ursprung der Welt. Es geht immer darum, wie das Universum entstanden ist, wie das ganze Sein entstanden ist, letztendlich wie der Mensch entstanden ist, nach welchen Gesetzmäßigkeiten. Und in diesen Sagenwelten spielen natürlich auch immer Götterfiguren eine Rolle, aber auch Wesenheiten, die einen Einfluss haben auf den Menschen, der gutartig ist, andere Wesen einen bösartigen Einfluss. Also eine ganze religiöse Dimension haben die Mythen immer und das sollte man nicht vergessen. Das heißt also, Mythen sind ersonnen worden im religiösen, spirituellen Kontext. Das lässt auch verstehen, warum es natürlich vom Weltbild selbst abhängt, wie man diese Mythen bewertet. Wenn man Atheist ist, dann sieht man natürlich in den Mythen einfach ein Instrument, um die Massen zu versklaven. Karl Marx zum Beispiel hat in seinem Werk die Kritik der Ökonomie, der politischen Ökonomie, die Meinung geäußert, dass die Mythen nichts anderes wären, als eine Bemühung des Menschen in seiner Einbildung, das heißt in seiner Vorstellungskraft, die Naturkräfte irgendwann überwinden zu können. Also, schlussfolgert Karl Marx, ist Jupiter oder Zeus obsolet geworden mit der Erfindung des Blitzableiters. Das schreibt er wirklich, wirklich so. Damit führt Marx, bewusst oder unbewusst, nichts anderes weiter als die Haltung der Stoiker, die halt in den Mythen nichts anderes sahen, als eine Beschreibung der Naturgesetze. Allogorien der Natur. Also auch in der Antike gab es diesen skeptizistischen Ansatz, was die Mythen und Sagenwelt anbelangt, offensichtlich schon. Es ist also keine neue Streitfrage. Neben den naturalistischen und darwinistischen Erklärungsversuchen gab es aber immer wieder auch historische Versuche, wie die von Jakob Grimm, psychologische, wie von Gustav Jung, philosophische, zum Teil theologische oder theosophische Sichtweisen, die in ihrem Verständnis zum Teil sich diametral gegenüberstehen. Versuchen wir ein paar davon zu betrachten. Man könnte zum Beispiel als nächsthöhere Wahrnehmungsstufe oder Wahrnehmungsebene davon sprechen, dass die Mythen einen mythografischen Ansatz ausdrücken. Mythografisch würde bedeuten, dass also in der Schrift der Mythen, in dem, was niedergeschrieben ist, etwas Besonderes dinschreckt. Einerseits ein geschichtlicher Teil, aber andererseits auch durch die Sprache, das heißt also durch philologische Aspekte, sind bestimmte Ideen zum Ausdruck gebracht worden. Also bestimmte Konzepte, die ganz bewusst gewählt worden sind, um eine Botschaft zu übermitteln. Dann kann man natürlich auch einen geisteswissenschaftlicheren Ansatz wählen und an dem Punkt möchte ich einen kleinen Einschub machen, weil schauen wir doch mal an, wer diese Mythen verfasst hat oder wer von diesen Mythen berichtet. Platon zum Beispiel spricht in einem Werk sehr viel über die Mythen und zwar dieses Werk heißt Timaios. Ich weiß nicht, wer von euch es gelesen hat oder mal reingeschaut hat. Es ist deshalb berühmt, weil es halt eben diesen Mythos von Atlantis enthält. Und da sagt er in einer Passage folgendes oder beziehungsweise er lässt den ägyptischen Hohepriester zu Solon, das ist ein Vorfahr von Platon, der Ägypten besucht. Er lässt also diesen ägyptischen Hohepriester zu Solon sagen folgendes. Ihr Griechen bleibt doch ewig Kinder. Was ihr wisst, ist entsprungen aus eurem eigenen menschlichen Sinnen und Schauen. Ihr habt nicht alte Überlieferungen. Ihr bleibt Kinder. Ihr werdet nicht erwachsen, denn ihr habt keine altersgraue Lehre. Was du daher eben von den alten Geschlechtern unter euch erzählt hast, O Solon, unterscheidet sich nur wenig von Kindergeschichten. Der geisteswissenschaftliche Standpunkt bezüglich der Mythen ist hingegen ein ganz anderes. Ein Standpunkt, der den Mythen eine beachtliche Bedeutung beimisst, eine besondere Bedeutung auch in der Erziehung des Bewusstseins. Wenn wir die Schriften von Platon zum Beispiel uns anschauen, dann spricht er in diesen Schriften über die Kosmogonie. Er spricht über die Veredelung der Seele. Er spricht über die universalen Gesetze der Natur und insbesondere der Musik. Er spricht auch über die Seelenwanderung. Er spricht über das Gesetz des Karmas oder der Wiedervergeltung. Das heißt, er behandelt durchaus esoterische Aspekte, würde man heute sagen. Und wir können davon ausgehen, dass das, was in den platonischen Schriften festgehalten worden ist, im Grunde genommen nur die Spitze des Eisbergs ist, denn wir wissen, dass es eine Schule gab, an der halt eben nach alter Tradition die eigentliche tiefere Lehre von Mund zu Ohr weitergegeben wurde. Also könnte man in diesen Schriften Platons halt noch viel mehr entdecken, was die Bedeutung der Mythen anbelangt. Aber was meint eigentlich Platon genau, wenn er von Anschauung aus alter Überlieferung spricht oder von altersgrauer Lehre? Wie gesagt, Platon bezieht sich auf den Untergang von Atlantis und der Priester, der mit Solon ins Gespräch kommt, erklärt ihm, dass die Mythen, das, was er, dass Solon also quasi wie eine Kindergeschichte erzählt hat, eine ganz tiefe Weisheit enthalten, eine Weisheit, die erzählt von der verborgenen Geschichte der Menschheit, von einer fernen Zivilisation, einer Zivilisation, die enorme Errungenschaften schon vorzuweisen hatte, die dann aber untergegangen ist aufgrund eines Verfalls in die Dekadenz. Und die Griechen hatten da einen besonderen Anteil. Aber die Mythen, so erzählt dieser Priester Solon, enthalten in sich auf verschlüsselte Weise diese geheime Geschichte, enthalten im Grunde genommen alle Details dieser Geschichte der Menschheit, die vor dem großen Untergang gewesen ist, vor der großen Flut. Denn die große Flut davon sprechen ja nicht nur Platon und der Mythos von Atlantis, sondern alle Geschichten, alle Mythen in allen Völkern kennen diese große Flut, bei der also ein Großteil der Welt untergegangen ist und wo es dann zu einem Neuanfang kommt. Vom Standpunkt der Geheimwissenschaft muss man auch sagen, dass der Mensch halt nicht immer so gewesen ist, wie wir heute beschaffen sind. Das heißt, man spricht davon, dass es eine Zeit gab, in der der Mensch eher ein schauendes Bewusstsein hatte, in dem er also weniger diese intellektuellen Fähigkeiten entwickelt hatte, so wie wir das heute vorliegen haben, sondern in der das Bewusstsein in der Lage war, auf intuitive Weise sich mit den Gesetzen der Natur zu verbinden und diese zu schauen. Das heißt, in der Geheimwissenschaft spricht man davon, dass das Bewusstsein des Menschen aus einem bestimmten Zustand sich weiterentwickelt hat und bis zu dem Punkt, wo wir heute sind und dann noch weiterentwickeln wird. Und davon sprechen die Mythen. Das heißt, in ihrer symbolischen Sprache enthalten die Mythen all dieses Wissen der Eingeweihten. Gehen wir noch einen anderen Punkt anschauen, der also über Platon, hier habt ihr nochmal ein Bild von ihm, hinausgeht und schauen wir uns an, was im Laufe der Zeit sonst noch gesagt wurde zu den Mythen. Wir haben zum Beispiel einen bedeutenden Forscher Karl Gustav Jung, der aufgrund seiner Beschäftigung mit den Mythen das kollektive Unterbewusstsein entdeckt hat. Er hat nämlich festgestellt, dass einige seiner Patienten in den Träumen bestimmte Bilder sehen, archätypische Bilder, so hat sie Jung definiert. Und diese archätypischen Bilder waren seltsam, denn es waren archätypische Bilder von anderen Zivilisationen, die der Mensch in seinem Horizont, den er in dem Leben erlebt hatte, niemals wissen konnte. Er konnte diese Bilder nicht haben. Menschen, die nie ein Meer gesehen haben, sprechen vom Meer. Menschen, die nie den deutschen Sprachraum verlassen haben, sprechen von rituellen Vorgängen aus anderen Kulturen und beschreiben diese detailliert zum Beispiel. All diese Vorkommnisse, die Jung bei mehreren Patienten festgestellt hat, haben ihn dazu, also zu der Erkenntnis gebracht, dass es offensichtlich so etwas gibt wie ein kollektives Bewusstsein der Menschheit und dass der Mensch, der Einzelne, also jeder von uns, die Möglichkeit hat, irgendwie mit diesem kollektiven Unterbewusstsein der gesamten Menschheit in Verbindung zu treten und daraus aus diesen archätypischen Schätzen, die in diesem Unterbewusstsein verborgen sind, selbst zu ziehen. Also es besteht eine intime Verbindung auch zwischen allen Menschen. Auf diese Art und Weise, wenn wir es weiterdenken. Wir sind also über bestimmte Themen, über bestimmte archätypische Symbole miteinander verbunden und mit einem Bewusstsein, das ein gemeinsames Bewusstsein zu sein scheint. Also Jung hat das zumindest mit seiner Arbeit bewiesen. Eine andere Idee von den Mythen gab es in der Romantik, das heißt also noch vor Jung im 19. Jahrhundert und da ist ein Forscher, ein Altphilologe, also jemand, der sich sehr viel mit Sprachen beschäftigt hat und diese Leute, die sich mit den Sprachen beschäftigt haben, wie Fabre d'Olivé, aber auch Friedrich Schlegel halt, sehen halt eine Entwicklung des Bewusstseins auch in der Entwicklung der Sprache, sehen natürlich ganz andere Verbindungen zwischen den verschiedenen Völkern und Kulturen, als wir das, wenn wir das von außen betrachten sehen. Und Friedrich Schlegel zum Beispiel war der Ansicht, nachdem er sich viele und lange Jahre mit diesen Themen beschäftigt hatte, dass das Wissen der Mythen ein Ausdruck einer Urreligion ist, also eine einheitliche Tradition, die ein besonderes Wissen beinhaltet und dass dieses besondere Wissen nur von Priestern an spezielle Leute weitergegeben wurde, ansonsten dem normalen Volk nur in Form von Mythen erzählt wurde. Der Eingeweihte wurde also in die Bedeutung des Mythos eingeweiht, während diejenigen, die den Weg der Einweihung nicht gegangen sind, nur an den äußeren Mysterienspielen teilgenommen haben, die Mythen also als eine Art Kindergeschichte erzählt bekommen haben. Aber auf diese Art und Weise ist es tatsächlich gelungen, über Jahrhunderte, Jahrtausende diese Mythen zu erhalten. Die Idee einer bildlich denkenden Urzeit hat dann dazu geführt, dass in der Romantik, das heißt also im 19. Jahrhundert dass also man sich auch angefangen hat, wieder mit den Mythen der europäischen Tradition zu beschäftigen. Die Sagenwelt um König Arthus zum Beispiel, aber auch die Mythen und Legenden der nordischen Tradition, all das erlangte wie eine Renaissance, eine neue Bedeutung im Denken der Romantik. Also diese Auffassung, dass in den Mythen eine verborgene Weisheit zu entdecken ist, deckt sich auch mit der Überlieferung der archaischen Tradition. Also die Tradition der Geheimwissenschaften spricht davon, dass es eine Überlieferungskette gibt von Mund zu Ohr und wenn man diesen Ansatz ernsthaft aber in Betracht ziehen will, wenn man also sagen will, da sollte was dran sein, dann sind das bestimmte Voraussetzungen, an das das aber geknüpft ist. Diese Voraussetzungen sind genau betrachtet drei oder mindestens drei. Und zwar, wenn es sinnvoll sein soll und wenn es heute noch was bringen soll, uns mit den Mythen, mit den Heldengeschichten und Legenden zu beschäftigen, dann muss in den Mythen eine Sprache gesprochen werden, die zum ersten einmal eine universelle Botschaft transportiert. Eine universelle Botschaft heißt, eine Botschaft, die für alle Menschen interessant ist. Nicht nur, wenn ich in Indien geboren bin, beschäftige ich mich der indischen Mythologie oder mit der europäischen, wenn ich in Europa geboren bin, sondern die Beschäftigung mit den Mythen kann für jeden Menschen aus jedem Kulturkreis eine Bereicherung sein. Und diese universelle Botschaft bedeutet auch, dass sie zeitlos ist. Dass es also nicht etwas ist, das an den Kulturrahmen und an die Zeit, an die Epoche, an die Mentalität der, wie auch immer gearteten, damaligen Zeit gebunden ist, sondern dass es darüber hinaus geht. Das ist die erste Bedingung. Das zweite ist, dass diese Botschaft auch in einer universellen Sprache transportiert worden ist. Eine Sprache also, die für jeden zugänglich ist und die jeder auch heute noch lernen kann. Das wäre die dritte. Denn wenn wir diese Sprache nicht lernen können, dann wäre ja die Botschaft, diese universelle, zeitlose Botschaft, diese Botschaft, die über die verschiedenen Kulturräume hinausgeht, verloren. Man spricht also davon, dass die Mythen eine universelle Sprache haben. Und es ist natürlich klar, was diese Sprache ist. Diese Sprache ist die Sprache der Symbole. Nun, die Symbole können dir eine Tür öffnen. Die Symbole können aber auch genauso eine Wand sein, durch die du es nicht schaffst, durchzudringen. Denn wenn du den Schlüssel nicht besitzt, dann kannst du die Tür nicht öffnen. Wenn du also die Sprache der Symbole nicht erlernt hast, dann wird es dir schwer fallen, im Mythos zum Beispiel vom Hermes oder im Mythos von Siegfried oder im Mythos von Theseus irgendwas anderes zu entdecken als irgendeine Geschichte. Du wirst nicht verstehen, worauf sich diese Symbole beziehen, weil die Symbole ein analoges Denken erfordern. Und dieses analoge Denken muss man sozusagen wie erlernen. Die Symbole kann man tatsächlich sagen, das ist ein Zitat von Tommaso Palamedesti, dem Begründer von Archäosophika, Symbole sind Schlüssel, um die Tore des Unendlichen zu öffnen. Sie erlauben es, jedes intelligible Konzept auf irdische Weise erfahrbar und reell werden zu lassen und vom Sensiblem zum Intelligiblen überzugehen. Nun, das Intelligible ist also das, was wir geistig erfassen können, das, was über die Verstandeskräfte, über die Ratio hinausgeht, was also metarational ist. Das heißt nicht, dass es irrational ist, sondern dass es hingegen unseren Ratio, heißt ja, die Vernunft kommt von Ratio, kommt von Kreis, das heißt also, unsere Ratio bewegt sich in unserem Erkenntnisraum. Wenn etwas intelligibel ist, dann geht es über diesen Erkenntnisraum hinaus. Das heißt, es ist uns möglich, von dem, wo wir sind, einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen. Diese Kraft haben also, diese Funktionen haben auch die Symbole und wenn man mit den Symbolen anfängt zu arbeiten, dann nannte man das traditionell und nennt man es auch heute noch die Symbolurgie. Das kommt von Ergon, griechisch Werk, das heißt die Arbeit mit den Symbolen, auf Deutsch gesagt. Nichts anderes als das. Diese Symbolologie ist eine uralte Tradition der Eingeweihten aller Völker und sie wird von dem Meister auf den Schüler übertragen. Man sagt auch, dass die Bedeutung der Symbole und ihre Kraft von Alters her behütet worden sind. Das heißt also nur, wer diesen Weg der Mysterieneinweihung gegangen ist, sei es jetzt in Indien, in Griechenland, in Ägypten oder anderswo, der wurde mit dem Schlüssel der Symbole vertraut gemacht. Alle antiken Weisheitsschulen haben immer mit diesen Methoden gearbeitet und das ist auch der Grund, warum sie die Mythen konstruiert haben. Die verschiedenen Grade der Einweihung beschäftigen sich dann mit unterschiedlichen Symbolen, sodass also der Schüler, der auf einer normalen Stufe anfängt, von Stufe zu Stufe, durch die Arbeit, durch diese Symbolologie mit den Symbolen, sein Bewusstsein Schritt für Schritt erweitern kann, seine geistige Auffassungsgabe dadurch größer wird und er dann eine stabile Basis hat, von der aus er dann sozusagen die nächste Stufe beschreiten kann. Die Arbeit mit den Symbolen führt also das Bewusstsein von Stufe zu Stufe immer weiter hinauf und dieses Aufsteigen ist halt eben dann auch mit verschiedenen Symbolen wiederum beschrieben worden, zum Beispiel mit den Planetensphären, die gerade der Einweihung sind, die aber genauso auch eine Wirklichkeit sind, mit der wir uns äußerlich konfrontieren können. Also kann man sagen, dass, kann man sagen, das geht mal wieder nicht, drückst du mal drauf bitte? Aha, genau. Also kann man sagen, nee, eins zurück nochmal, danke, dass die wahre traditionelle Symbolik nicht willkürlich ist, überhaupt nicht, sondern sie beruht auf präzisen Gesetzen. Und das ist wichtig zu verstehen. Natürlich haben die unterschiedlichen Einweihungswege einen etwas anderen Aufbau, eine etwas andere Struktur, aber es ging immer darum, den Schüler in die Geheimnisse der Schöpfung einzuführen, die Ordnung der Schöpfung zu verstehen, sich harmonisch in diese Ordnung einzufügen und dann mit dem Bewusstsein sozusagen wie den Kosmos überwinden zu können. Das ist das letzte Ziel. Und das ist natürlich genau das Thema, was in diesen Heldengeschichten thematisiert wird. Es geht bei den Heldengeschichten immer darum, dass jemand, der beschrieben wird als ein Mensch, als ein Halbgott, aber es ist letztendlich wir. Wir sind diese Helden, das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns mit dieser Heldenfigur zu identifizieren und indem wir das tun, kann in uns, in unserem Bewusstsein die archetypische Kraft, die vorhanden ist, die in jedem von uns vorhanden ist, die aber auch im kollektiven Bewusstsein der Menschheit vorhanden ist, wie aktiviert werden und in uns eine neue Kraft entstehen. Eine neue Kraft, die uns zu einer neuen Dynamik bringt und die uns dabei hilft, Hindernisse zu überwinden, ein anderer Mensch zu werden. Also, die archaische Tradition und das sagte mal so Palamedesi in seiner Schrift Mysterienerfahrung des Heiligen Grals, ist der Auffassung, dass halt diese mündlich und nur zum Teil schriftlich überlieferte spirituelle Tradition eben sich in den Mythen ausdrückt. Und er sagt das folgendermaßen. Er sagt, die Mythen wurden von den Großpriestern in der Vergangenheit ersonnen, als die Notwendigkeit bestand, die göttliche Offenbarung zu verschleiern. Schauen wir uns diese Passage mal ein bisschen genauer an. Zunächst einmal spricht Palamedesi davon, dass die Mythen ersonnen wurden. Die Mythen sind also tatsächlich ersonnen worden, sie sind ausgedacht worden, sie sind konzipiert worden, ganz bewusst gestaltet worden. Aber eben nicht von irgendjemandem, der, wie manch einer meint, einfach seinen Herrschaftsanspruch über die niedere Klasse ausleben und zum Ausdruck bringen wollte, behaupten wollte. Oder von jemandem, der einfach nur die Naturgesetze beschreiben wollte. Ja, die Naturgesetze schon, einverstanden. Aber die Naturgesetze im Sinne von die großen Gesetze, die den Kosmos regeln. Die Gesetze, die den Makrokosmos regeln, die die gleichen Gesetze sind, die den Mikrokosmos regeln. Denn das ist diese alte Lehre, wie oben so unten, des Hermes Trismegustus. Dass also, wenn ich meine Geheimnisse entdecke, die Geheimnisse, die in mir, in meiner Psyche sind, im kollektiven Bewusstsein, auch der ganzen Menschheit und bestimmte Kräfte entwickle, dann entwickle ich gleichzeitig andere Kräfte und ich verstehe auch die Logik, die Funktion, die Gesetzmäßigkeiten des großen Ganzen, des Makrokosmos. Und umgekehrt. Es gibt diese zwei Wege. Ich kann nach innen gehen. Laoze sagt, ich muss nicht vor die Haustür treten, um die Welt zu kennen. Oder aber ich kann Naturforscher sein. Aber günstig ist es, wenn ich das nicht als zwei unterschiedliche Wege betrachte, sondern wie zwei unterschiedliche Ausdrucksweisen ein und desselben Weges, das Bewusstsein in sich weiterzuentwickeln. Das heißt also, Religion oder Spiritualität und Wissenschaft miteinander in Einklang bringen zu wollen. Und das ist immer Bestandteil dieser Einweihungszentren gewesen. Denn wenn ihr es genau betrachtet, es sind immer diese Mysterienschulen gewesen, in Ägypten, in Griechenland, in Indien, aus denen dann der besondere kulturelle Impuls kam, um eine große, wichtige Zivilisation zu gründen. Palemersi sagt dann weiter, die sind ersonnen worden, als die Notwendigkeit bestand, die göttliche Offenbarung zu verschleiern. Wieso ist es notwendig gewesen, an einem gewissen Punkt die Wahrheiten des Geistes zu verschleiern? Warum kann darüber nicht einfach nur so gesprochen werden? Warum ist etwas entstanden, was wir heute Arkandisziplin nennen? Das heißt, dass es nicht erlaubt ist, über bestimmte Dinge zu reden, es sei denn, dass du einen bestimmten Bewusstseinszustand erreicht hast. Nun, um das besser verstehen zu können, müssen wir im Grunde genommen in die Geschichte der Menschheit hineingehen und uns anschauen, wie sich das menschliche Bewusstsein entwickelt hat. Das heißt, wir können, wenn wir wollen, direkt einen Mythos bemühen, um diese Arkandisziplin besser verstehen zu können. In allen Mythologien spricht man nicht nur von der großen Flut und einer vorherigen Zivilisation, die mit dieser großen Flut untergegangen ist, sondern man spricht auch von dem Konzept der Zeit als etwas Zyklisches. Die Zeit wird als ein Kreislauf verstanden und dieser Kreislauf folgt bestimmten Rhythmen, ganz klaren Rhythmen, die vorgegeben sind. Jede Tradition hat das so ein bisschen anders zum Ausdruck gebracht, aber es ist immer diese Idee, dass es vier Zeitalter gibt und dass es in diesen vier Zeitaltern eine Veränderung des Bewusstseins der Menschheit gibt, wodurch dem Mensch die Möglichkeit gegeben ist, sein Bewusstsein insgesamt zu entwickeln. Weil die Vier ist auch die Idee der Manifestation, der Dynamik des Ausdrucks in der Zeit. Denkt nur an die vier Jahreszeiten, in denen also sich der Jahreskreislauf abwickelt. Denkt an die vier Elemente oder denkt an die vier Welten in der Kabbalah. Es sind immer vier, die also diesen Ausdruck der Manifestation von etwas Geistigem in der Materie zum Ausdruck bringen. Irgendwann ist also dieses Wissen so weit verloren gegangen worden, dass es verschleiert wurde und dass es in den Mythen versteckt wurde, damit es nicht komplett verloren ginge. Ich gehe mal ein bisschen weiter, ich habe hier ein bisschen vergessen, die Dias weiterlaufen zu lassen. Eigentlich sind wir schon hier, genau. Also, diese Vierheit wird auch in den Traditionen oft dargestellt durch besondere Wesen. Zum Beispiel die Sphinx, die halt auch von der Übersetzung her, wenn das aus dem Griechischen, wenn man das nimmt, bedeuten könnte, dass etwas kunstvoll zugeschnürt wird, dass etwas umfasst wird, dass etwas wie umschlossen eingeklemmt wird. Dann verstehen wir, dass die Sphinx im Grunde genommen diese Idee zum Ausdruck bringt, dass das menschliche Bewusstsein von vier Kräften wie in Schach gehalten wird. In der Tradition ist es immer die Sphinx, die die Fragen stellt und zwar die Fragen, die den Menschen befähigen, den Weg der Einweihung zu gehen. Erkenne dich selbst, stand über den Tempel von Delphi, aber die Sphinx in Ägypten war berühmt dafür, dem Pilger auf seiner Reise eine Frage zu stellen und wer diese Frage nicht beantworten konnte, der durfte den Weg der Mysterie nicht begehen. Also, diese Frage beantworten zu können, bedeutet, dass man das Prinzip verstanden hat, dass wir in dieser Welt auf eine gewisse Art und Weise, unser Bewusstsein zumindest in dieser Welt, wie umschnürt, umfangen, eingesperrt ist. Die Inder würden sagen, es ist Maya, die Illusion, in der unser Geist lebt. Und wer den Weg der Befreiung gehen will, muss sich als erstes mal darüber im Klaren sein natürlich. Und diese vier Kräfte, von denen der Geist gefangen gehalten wird, sind halt eben, werden zum Ausdruck gebracht, auch eben durch zum Beispiel den Kreislauf der Jahreszeiten, hatten wir gesagt, wenn ihr zum Beispiel an den Nordpol schaut und ihr guckt an den vier Kardinalpunkten des Jahres, also an der Frühlings- und Herbsttag- und Nachtgleiche, an der Sommer- und Wintersonnenwende in den Himmel, dann seht ihr folgendes Bild. Und dieses Bild ist natürlich ein heiliges Symbol, das Swastika in ganz vielen Traditionen vom Hinduismus über den Buddhismus, aber wir finden diese Darstellung auch in der germanischen Tradition bei den Wikingern, wir finden sie im Judentum, im Islam, also ein ganz altes und antikes Symbol, das halt eben diese zyklische Abfolge der Zeit darstellt. Die Zeit wurde dann unterschiedlich gemessen, ihr seht jetzt unten links zum Beispiel in der Darstellung, wie man sich das in Indien vorstellt, wie also die Zeitalter, ein Tag des Brahman, sich aufteilt in einen Unterzyklus und dieser wieder in einen Unterzyklus und dann nochmal in einen Unterzyklus und nochmal in einen Unterzyklus. Und da seht ihr diese Lehre von den vier Zeitaltern, von dem goldenen Zeitalter, von dem silbernen Zeitalter, von dem bronzenen Zeitalter und dem schwarzen Zeitalter, das sogenannte Kali-Yuga. In der europäischen Tradition wird es eher mit der Verschiebung der Polachse in Verbindung gebracht und der Begriff dafür, man nennt das das platonische Jahr, dass also diese Polachse einmal um sich selbst kreist im Laufe von 26.000 Jahren und diese Zyklen werden eher betrachtet. In der hebräischen Tradition ist es wiederum ein anderer Schlüssel, mit der der zyklische Ablauf der Zeit verstanden wird, dort sind es die Shemitot. Also jede Tradition hat sozusagen diesen Schlüssel und es ist halt oft dieser Vierer-Schlüssel. Das goldene Zeitalter, das ursprüngliche Zeitalter, wird verstanden als ein Zeitraum, der quasi undefiniert ist, der zeitlos, ein ewiger Frühling im Grunde genommen ist. Es ist die Zeit von Kronos in der griechischen Tradition. Es ist die Zeit von Saturn, dem ersten mythischen König Italien. Und dieser Saturn, dieser Kronos hat halt eben bestimmte Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, die Kronos hat, die charakterisieren also dieses goldene Zeitalter. Wir können uns das auch wieder, indem wir uns das philologisch anschauen, am Namen abbilden. Denn Saturn stammt aus der Wurzel Sat, das ist eine indogermanische Wurzel. Das bedeutet so viel wie Weisheit zum Beispiel. Also eine höhere Weisheit natürlich ist hier eigentlich gemeint. Und Urnus, das ist das zyklische Werden. Urnus ist das zyklische, was zum Ausdruck kommt in einem Begriff zum Beispiel Nocturnus oder Dionus oder im deutschen Wort Turnus. Mit dem goldenen Zeitalter gibt es keinen Tod. Die Menschen leben in Glückseligkeit. Es ist ein Zustand also frei von Sorgen. Und wie gesagt, ein Zeitalter, in der die Zeit im Grunde genommen noch nicht existiert. Sie fängt erst danach an. Das goldene Zeitalter wird auch in mittelalterlichen Gemälden immer noch dargestellt. Hier seht ihr so eine Darstellung von Kranach, die halt eben diese sorgenlose goldene Zeit beschreibt. Man nennt auch das Land der Hyperborea zum Beispiel oder Thule oder Avalon. Das sind so Bezeichnungen dafür, dass es irgendwo einen Ort gibt auf der Erde, wo die Zeit sozusagen stillsteht und dieser Zustand der Glückseligkeit ewig wird. Dieses goldene Zeitalter wird dann im Mythos vergehen. Und es ist interessant, was Hesiod an dieser Stelle schreibt. Also der große griechische Geschichtsschreiber Hesiod, der sagt, als das goldene Zeitalter zu Ende geht, leben diese göttlichen Menschen weiter. Und in unsichtbarer Form werden sie zu den Wächtern der Menschheit. Also ein ganz klarer Hinweis darauf, dass es Wesenheiten gibt, die keine physische Form haben, die offensichtlich nach diesem goldenen Zeitalter weitergelebt haben und nicht nur einfach in Erinnerung, sondern sie sind Wächter der Menschheit. Das heißt also, sie haben die Funktion, das Geschick der Menschheit zu leiten. Das sind die Götter. Das sind die Götterfiguren, die wir dann in der nordischen Tradition finden, mit Odin, Thor, Freya oder in der griechischen Tradition, in der römischen Tradition, die Devas in Indien und so weiter und so fort. Ihr könnt sie überall finden. Die Götterfiguren sind im Grunde genommen diese unsichtbaren Herrscher aus dem goldenen Zeitalter, die dann im silbernen Zeitalter aus dem Verborgenen heraus arbeiten. Und deswegen nennt man das auch das silberne Zeitalter, weil diese göttliche Gegenwart nicht direkt präsent ist, sondern indirekt. So wie der Mond indirekt das Licht wiedergibt, so ist auch in diesem Zeitalter die göttliche Gegenwart sozusagen nur indirekt spürbar. Aber es ist immer noch eine glückliche Zeit. Es fängt an aber, dass der Mensch geboren wird. Es fängt an, dass der Mensch stirbt. Und die Inder sagen zum Beispiel, in dieser Zeit, im Tretra-Yuga, haben die Menschen 3000 Jahre gelebt, nur um euch eine Vorstellung zu geben. In der Mythologie des Mittelalters, in den Darstellungen des Mittelalters wird dieses Zeitalter des Silbers aber auch so dargestellt, dass halt eben die Arbeit anfängt. Der Mensch ist nicht mehr, dass er sorgenfrei lebt, sondern er muss sich um den Unterhalt bemühen. Es ist halt quasi sozusagen dieser Übergang, der auch im Mythos von dem Apfelbaum im Paradies erzählt wird. Das heißt also, Adam und Eva kosten von diesem Apfel und von dort an gehen sie ein irgendwie in die Sterblichkeit. Sie sind eingetreten ins silberne Zeitalter. Dieses silberne Zeitalter hat dann auch noch etwas anderes. Plötzlich, da diese spirituellen, diese göttlichen Kräfte nur noch indirekt wirken, kommt es immer mehr zu einer Dekadenz und es schleicht sich halt eben auch die Untugend ein. Und es kommt dann eben auch dazu, dass die Menschen gegeneinander anfangen, sich zu bekriegen, sich umzubringen. Und das ist halt eben im Mythos von dem Totschlag von Kain und Abel beispielsweise jetzt in unserer jüdisch-christlichen Tradition festgehalten. Auch die Erzählungen im Alten Testament müssen wir tatsächlich anders betrachten. Ansonsten sind es Kindergeschichten und wir verstehen die Symbole von Adam, von Eva und von der Schlange rein materialistisch. Als dieses silberne Zeitalter zu Ende geht, kommt es zum Zeitalter der Bronze. Das bronzene Zeitalter ist das Zeitalter der Helden. Das Zeitalter der Helden, die wie einen Aspekt darstellen, dass also bestimmte Gestalten aufstehen, und dass diese Gestalten die göttlichen Tugenden wieder versuchen, behaupten zu wollen, dass sie gegen das Böse, das immer mehr in der Welt überhand nimmt, anfangen zu kämpfen. Und das ist die Zeit, in der halt eben die großen Heldengeschichten entstehen. Die Heldengeschichten, die wir uns auch im Laufe der Vortragsreihe ein bisschen anschauen wollen, diese verschiedenen Heldenfiguren, letztendlich stellen sie immer denselben Prototyp dar. Es wird mal der Aspekt hierhin gelegt, es wird mal ein anderer Aspekt an eine andere Stelle gelegt, aber es ist immer derselbe Prototyp, so wie auch in den Ritterromanen des Mittelalters die Ritter immer demselben Prototyp von entweder Gawain oder Parzival entsprechen. Das heißt also, wir haben halt durch die Sprache der Symbole die Möglichkeit, diese Verbindungen besser zu verstehen. Das Zeitalter der Bronze, da entstehen also diese Heldenfiguren und in der Geschichte der Menschheit, wenn wir das jetzt geschichtlich befassen wollen, dann ist das eine Zeit, in der die sogenannten Manus auf dem Erdplan erscheinen. Und wenn ihr mal schaut, es gibt also in fast allen Traditionen, zum Beispiel im germanischen Raum, war es die Figur des Man, der erste Germane, Man oder auf Kreta Minos oder auf dem italienischen Stiefel Numa Pompilius, Manu, Numa, einfach nur rumgedreht. Bei den Indianern auf dem südamerikanischen Kontinent, Manitu, bei den Kelten, Menyu oder Menelek bei den Äthiopiern, Menes, der erste mythische König Ägyptens. Es sind also diese Manus, die dieses Zeitalter bestimmen und die Zentren schaffen, die dann im Verlauf der Geschichte der Menschheit, mal in Indien, mal in Babylonien, mal in China, mal in Ägypten, Kulturzentren entstehen lassen, aus denen heraus dann wichtige Impulse für die weitere Entwicklung der Menschheit entstehen. Aber diese Zentren gehen letztendlich unter und am Ende der Zeit, am Ende der Zeit, dieser bronzenden Zeit, kommt die große Flut. Das heißt also, das goldene Zeitalter, das silberne Zeitalter, das bronzende Zeitalter, sind mit der modernen Geschichtsforschung überhaupt nicht in Einklang zu bringen, weil wir hier von mythischen Zeiten sprechen, die aber die Priester Ägyptens zum Beispiel minutiös aufgeschrieben haben. Auch die indischen Priester minutiös über viele Hunderttausende von Jahren. Kann man natürlich sagen, ist alles Erfindung, aber vielleicht auch nicht. Was dann beginnt, ist halt ein Neuanfang, ein neues Zeitalter. Es ist das schwarze Zeitalter. Es ist das Zeitalter, in dem der Mensch zum ersten Mal selbst sein Schicksal in die Hand nimmt. In dem der Mensch aber, weil das Göttliche sich immer weiter zurückgezogen hat, sozusagen wie immer mehr allein fühlt, immer mehr auf sich selbst gestellt ist und natürlich dementsprechend auch Fehler macht. Aber es sind halt eben in dieser Zeit auch besondere Ereignisse, die passieren, denn auch in der indischen Tradition bezeichnet man gerade das Kali-Yuga, das dunkle Zeitalter, also das, wo sozusagen die Moral, die Tugend, die spirituellen Werte am Tiefpunkt, am absoluten Tiefpunkt angekommen sind, die größte Finsternis also. Und da ist es wie im Jahreskreislauf, wenn an dem Punkt, wo die Sonne den tiefsten Punkt im Tierkreis erreicht hat, dann plötzlich das Licht wiedergeboren wird. Also, es passiert, es kommt zur Geburt des Avatars, so sagen die Inder. Und wir in unserer christlichen Tradition sagen, der Messias wird geboren, in einer Grotte. Auch das eine symbolische Sprache, um zu zeigen, dass in der Tiefe unseres Bewusstseins, in der Dunkelheit unseres tiefen Bewusstseins, ein Lichtschimmer erweckt und geboren werden kann. Also, in diesem Kali-Yuga kommt es aber noch zu etwas anderem. Es treten wieder eine besondere Anzahl von Kriegern auf und der griechische Mythos sagt das so. Er sagt, dass Zeus in dieser Zeit eine Generation von Kriegerhelden erschafft. Diese Kriegerhelden sind größer als die Titanen und sie haben das Recht, ein Leben ähnlich der Götter zu führen, wenn sie ihren Kampf gewinnen. Das sagt Hesiod in seiner Überlieferung über die griechischen Mythen. Und das Paradebeispiel für diesen Heldentypus ist natürlich ein Herkules, ein Perseus, ein Theseus. Aber gerade Herkules und Perseus, die also es mit ihren Heldentaten schaffen, letztendlich in den Himmel gehoben zu werden, an die Tafel der Götter eingeladen zu werden. Das sind die klassischen Bilder, die in der griechischen Mythologie dann verwendet werden, um diesen Heldentypus zu charakterisieren. Vorbilder dann für andere, die ihnen nachfolgen sollen. Und das, was da in der symbolischen Sprache geschrieben wird, das wollen wir uns anschauen, diese Geschichten. Denn das, was mit offensichtlicher physischer Gewalt beschrieben wird, bezeichnet eigentlich bestimmte Operationen in uns, Operationen, die eigentlich eine spirituelle Gewalt meinen. Eine spirituelle Gewalt, die eine Gewalt der Liebe ist, eine Unbestechlichkeit der Weisheit, eine Unbeirrbarheit der Tapferkeit und der Tugend. Das ist die Gewalt, die diese Helden entwickeln. Einen ganzen Zyklus von Heldentaten unternehmen sie, um letztendlich Stufe für Stufe ihr Bewusstsein zu verfeinern und an die Tafel der Götter aufgenommen zu werden. Und dieser Weg der Selbstüberwindung, der ist symbolisch in den Mythen beschrieben. Und diese symbolische Beschreibung kann uns dienen, besser zu verstehen, wie wir unseren Willen ausrichten können, entsprechend dieser Präfiguration, dieser Vorausbildung, also dieser Heldengeschichten, auch in uns einen wie inneren Reiseweg zu machen, um diese Befreiung zu erreichen. Die antike Einweihung findet an verschiedenen Punkten des Körpers, an sensiblen Punkten statt. Die erste Einweihung traditionellerweise in der Mitte der Stirn, an der Nasenwurzel. Und diese erste Einweihung, die das Stirnzentrum aktiviert und dynamisiert, soll dazu führen, dass der Schüler in sich einen neuen Willen entwickelt. Einen Willen, der eben diesen Weg der Selbstüberwindung mit mehr Kraft und Entschiedenheit gehen will, um aber diese Kraft nicht nur für sich selbst zu nutzen, sondern halt mit seinem Beispiel in der Gesellschaft voranzugehen und andere zu inspirieren. Die Einweihung ist, wenn sie von einem wahren Meister erfolgt, erfolgt natürlich von der Idee her ganz klar ein direkter Kontakt mit dem Göttlichen, das im Menschen diese neue Kraft mobilisieren kann. Und diese neue Kraft, wie gesagt, dient dazu, einen Weg zu gehen, der einen über sich selbst hinauswachsen lässt, einen Weg der Selbstüberwindung. Und deswegen hier möchte ich eigentlich schließen mit diesem Zitat von Palamidesi, der etwas ganz Wichtiges hier noch sagt. Das haben wir auch sozusagen wie als das erste Motto der Vortragsreihe in der Werbung rausgegeben. Er sagt, die Wahrheiten der Lehre, das heißt also der Weisheitslehre, und die Techniken der Selbstüberwindung werden in der Form des Mythos, das heißt der Erzählung und Sagen überliefert, die man verstehen kann, wenn man den Schlüssel der Symbolik besitzt. Ohne den Mythos wären die geheimen Lehren der fernen Kulturen nicht zu uns gelangt. Und damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns in drei Wochen wieder, wenn wir über Siegfried, den Drachentöter, sprechen. Ja, lieber Volker, jetzt muss ich vor dir knien. Das sind große Erkenntnisse, die wir heute Abend gewonnen haben. Eine Einführung über Symbolik, über Mystik, über Philosophie, also mehrere Ansatzwege. Du sprachst davon, dass sich die Menschen öffnen sollen, nicht nur den Einweg zu gehen, sondern sich hier in mehreren Schritten zu informieren. Das ist ja jetzt nicht nur gemeint auf deine Vorträge hier, es ist ja eigentlich auf das Leben bezogen. Oder wie siehst du das? Absolut, ja. Es betrifft den ganzen Menschen und am besten halt in allem, was er tut. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr dieser Reihe jetzt folgt, die wir heute begonnen haben. In drei Wochen ist es dann soweit. Und dann mit welchem Thema willst du beginnen? Siegfried, der Drachentöter. Wir gehen also in die nordische Tradition. Und das ist interessant, es gibt also die nordische Tradition Snorri, an der die Edda geschrieben hat, in der Liederform, sagt also, sie stammt aus Griechenland. Die Helden Griechenlands sind nach Norden gekommen, sind die nordischen Götter geworden. Darüber wollen wir sprechen. Und vor allen Dingen über diesen bekannten Mythos von Siegfried, den Drachentöter, über das tragische Schicksal, das vielleicht sehr interessante Aspekte bietet, wenn man es sich genau anschaut. Also freut euch drauf, denn wir werden hier mit nicht nur Musik und anderen bunten Bildern, sondern mit wirklich mystischen Bildern, die wir jetzt im Hintergrund gesehen haben, weiter durch diese Erzählungsreihe beziehungsweise durch diese Erkenntnisreise, die wir jetzt machen werden mit dir, drei wöchentlich, also alle drei Wochen circa, wollen wir das ja produzieren, weitergeführt. Und wir hoffen, dass wir dann in der Technik auch ein kleines Stückchen weiterkommen. Da werden wir sicherlich ganz stark dran arbeiten. Sind wir auf euch wieder drauf angewiesen. Ihr wisst, wir betteln dann ab und zu mal nach Spenden. Das heißt, das betteln wir gar nicht, sondern wir wollen, dass diese Arbeit unterstützt wird. Natürlich auch die Arbeit von Volker. Denn wir haben hier in den letzten Tagen, ich sag mal, sehr, sehr viel versucht, ich sag mal, in diese Arbeit, die dann auch für euch nachher zum Download bereitsteht, zu investieren, wollen weiterentwickeln. Und ich sag mal, ihr dürft dann zusammen durch die Vorträge von Volker wachsen. Danke. Sehr gerne. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, viel neue Erkenntnisse und ich sag dann mal, Tschüss, Internet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.